Ah, Pillen. Diese magischen, ich lerne neue Fähigkeiten, Zauberpillen. Ich verstehe diese Mechanik immer noch nicht. Also was sich die Entwickler dabei gedacht haben, verstehe ich immer noch nicht. Ich finde Magazine mit Artikeln, die mir dabei helfen, Sachen zu craften oder sowas. Okay, aber damit ich diesen Artikel dann in die Realität umsetzen kann, muss ich erst ganz viele von irgendeiner komischen Pille nehmen, irgendein Medikament einnehmen. Und erst dann, wenn ich genug von dieser Pille geschluckt habe, dann schaffe ich es quasi zu verstehen, was in diesen Artikeln steht oder so. Oder wie. Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Das ist doch weird, oder? Ah, na. Das freut mich aber. Hallo. Haben wir jetzt das Rudel geweckt? Das Rudel ist, glaube ich, noch hinter den verschlossenen Türen, ne? Theoretisch. Glaube ich. Dann können wir in Ruhe noch diesen unsichtbaren Zettel hier lesen. Dr. Kaila Higashi. Steve. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ich nur der... Ich weiß, dass ich nur die Tests machen und die Daten protokollieren soll. Hey, wenn ich so Monstergeräusche im Hintergrund habe, wäre ich beim Lesen echt nervös. So, ähm... Nee, bin ich nicht. Flatbrain-Check-Ass. Danke fürs Abo-Verschenken an Desert Ray Gun. Jippey. Das freut mich. Das gibt mir die Kraft, diese schwere Passage zu bestehen. Zumindest psychisch. Äh... Ich habe einige von den Soldaten ins Traumazentrum begleitet. Ich hätte da gar nicht reingehen dürfen. Ich habe gesehen, in was sich die Patienten verwandeln. Jeder Erwachsene und jedes Kind, das mit einem Biss oder einem Kratzer hier ankommt, wird seinen Verstand verlieren. Und wir lügen sie weiterhin an. Ich habe darum gebeten, nach Hause zu dürfen. Aber mir wurde gesagt, ich müsse weitermachen. Irgendein Blödsinn über nationale Sicherheit. Sie haben mir angeboten, ein paar Stunden in einem der Büros zu schlafen. Steve, du musst mich hier rausholen. Ich kriege noch einen Nervenzusammenbruch. Fuck. Ich glaube, der Nervenzusammenbruch war das kleinste Problem. Dass der hier gekriegt hat, befürchte ich zumindest. Du brauchst auch Sturm. Wo entfernen diese Kabel? Welche Kabel? Ich muss nochmal gucken. Kabel. Ah. Oder eine kleine Armee noch besser. Das wäre eine gute Hilfe. Darf auch eine große Armee sein. Ah, eine Werkbank. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ein bisschen was gesammelt. Oh, Flammenwerfer ist voll. Hm, schade eigentlich. Nein, warte. Noch nicht. Mach es nicht, Abby. Geh weg. Geh weg von dem Generator. Den wollen wir noch nicht aktivieren. Er ist dann die Werkbank. So. Was könnten wir machen? Stabilität hier. Nachladegeschwindigkeit für die Schrotflinte. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Machen wir das. Aha. Jetzt haben wir einfach nur einen Gurt mit extra Kugeln. So, wir können sogar noch was machen. Kapazität könnten wir hier erhöhen. Diese Stabilität ist mir halt ehrlich gesagt meistens wurscht. Treffe ja eh nix. Kann ich wenigstens dem Spiel die Schuld geben. Ja, machen wir die Kapazität. Drei Kugeln mehr im Magazin ist bestimmt nicht schlecht. Die sind nicht mal in diesem Signal, Naughty Dog, gelb, die Kabel. Die sind rot. Wer hätte das gedacht? Okay. Los geht's. Ha. Feuerschrotflintenmunition oder die... Na, es ist... Oder... Oder Granaten. Ah, das ist schwierig. Jetzt musst du dich entscheiden. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich mach Granaten. Kein Strom? Moment. Habe ich nicht den Generator genau deswegen angewarfen schon? Eigentlich schon, ne? Kann ich wieder durch das Loch zurück, durch das wir gekommen sind? Moment mal, wo ist das Loch, durch das wir gekommen sind? Damit. Eingemauert. Nö. Ähm, Abby, gib mir einen Tipp. Ich versteh grad nicht, was wir hier machen sollen. Der Generator läuft. Soll ich hier noch was... Ah, okay. Alles klar. Sicherungskasten oder sowas in der Art. Jetzt. Okay. Ich verstehe. Das ist wirklich ein bisschen doof mit dem Arm. Ist egal. Los geht's. Scheiße. Scheiße. so alle cool bleiben alle ganz ruhig bleiben jetzt so weit so gut dann fehlen jetzt nur noch die scheiß medizinischen vorräte ja aber wirklich evi spricht mir aus der seele hört einfach auf damit was soll denn das immer immer diese buch momente die einfach nur messer kosten 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 oh ein medkit aber ich habe volle energie schade eigentlich so ganz schön viele tabletten die wir hier gefunden haben sprengradius für die bomben gut genau perfekt da habe ich doch noch habe ich doch gerade noch welche gecraftet und schon haben wir ein upgrade dafür verdammter Mist es muss doch noch was geben das wollte ich nicht ich würde das so super dass videospieltüren immer in beide richtungen aufgehen immer eigentlich voll praktisch hier ist es echt pilzig was echt pilzig und dann wenn ich immer noch ein bisschen um aber ich bin ganz ehrlich so froh wenn wir hier raus sind die passage ist so schlimm finde ich aber auch wenn ich mich hier sehr unwohl fühle möchte ich nichts liegen lassen na gut ich denke müssen wir jetzt dadurch oder durch den anderen ominösen gang kommen wir dadurch überhaupt nicht der ist nicht für uns der komische zugebuchert aber ist schon sehr bizarr oder ist auch cool designt finde ich dieses seltsame pilz portal zur hölle ist schon irgendwie cool ok ganz genau so machen wir es ok er ist arm er zeigt schon ganz aufgeregt in die richtung da müssen wir lang evys arm zeigst du die falsche richtung ok das ist gut ich nicht hin aber erst schade na dann schade oh gott sei dank ja gleich gibt's was zu feiern ich bin Und plötzlich Rattenkönig. Rattenkönig, Rattenkönig! 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 Nein! Was ist ein paar so Granaten ausmachen? Das ging jetzt dann doch plötzlich ganz schnell. Puh, Glück gehabt. Bei dem Kampf kann einem nämlich schnell mal die Munition ausgehen und dann geht das große Looten hier in der Gegend los. Es liegt genug rum, aber das ist dann natürlich... dann wird's wirklich stressig. Ups. Ja, komm, den Flammenwerfer behalten wir nochmal schnell. Heilen wir uns schnell. Ich bin hier schon ein kostenloses Mad-Pick-Leak... äh... äh... kann nicht mehr reden. Mad-Kid-Lieakt. Tja, ich vermisse unseren Arm, muss ich schon sagen. Aber der Chiropraktiker-König hat zugeschlagen und hat uns wieder eingerenkt. Er hat's ja nur gut gemeint. Aber dafür musste er jetzt sterben. So ist das eben. Er hat Army getötet. Ach, im celebrateer Geist. Ach, im Sicht. Vielen Dank.